Es ist heiß. In Berlin ist der Sommer 2018 der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ja, aber ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. Und beim Rumballen oder so. Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Das ist in ein paar Monaten vielleicht schon ganz anders. Obwohl Schmetterlinge sich im Kokon vollständig auflösen, erinnern sie sich an ihr Leben als Raupe. Da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschöner. Und als ich es dann hochgeholt habe, dann war es nur eine Einfahrplastiktüte. Stell dir mal vor, so ist es mit allem schön. So ist sie da. Dann ist es einfach wieder weg. Die Erinnerung ist alles, was dem Schmetterling von seinem Leben als Raupe bleibt. Und mir von diesem Sommer. Und ich bin froh. Ich bin froh. Bis zum nächsten Mal.